Und im Studio begrüße ich jetzt Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundeskanzler, auf 104 Seiten legt die WKStA in ihrer Anordnung für die Hausdurchsuchung ein System dar, das zeigt, dass ihre engsten Vertrauten und Mitarbeiter Umfragen in der Tageszeitung Österreich manipuliert haben, Berichterstattung gesteuert und das Ganze vom Steuerzahler bezahlt wurde. Belegt wird das mit hunderten SMS, Mails und Kalender eintragen. Und Sie sprechen heute Abend davon, dass das falsche Vorwürfe seien. Wer soll Ihnen glauben, dass das alles nur erfunden ist? Also zunächst einmal bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, darauf jetzt einzugehen und ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Ich möchte nur einleitend vielleicht festhalten, dass ich ein Stück weit den Eindruck habe, dass ich das alles schon einmal erlebt habe. Wir haben vor Jahren erlebt, dass es Vorwürfe gegen Josef Bröll, dann gegen Hartwig Löger, Gernot Blümel, mich und andere gegeben hat. Und wissen Sie, was jetzt, Jahre später, die Realität ist? All diese Vorwürfe haben sich als haltlos herausgestellt. Gegen Josef Bröll und Hartwig Löger wird im Casinosakt nach wie vor ermittelt. Das stimmt ja nicht. Es wird nach wie vor ermittelt, aber nicht mehr als das. Und es gibt kein Indiz dafür, dass... Was soll denn sonst passieren? Die WKStA ermittelt und tut ihre Arbeit. Also können Sie nicht sagen, dass die Vorwürfe haltlos waren? Aber anscheinend nach Jahren noch immer kein Indiz dafür, dass sie richtig sind. Aber lassen Sie mich vielleicht zu dem Vorwurf kommen. Zunächst einmal, was ich ein bisschen befremdlich finde, ist, dass ich heute wieder einmal erst über den Beschuldigtenstatus und die Inhalte informiert worden bin. Da war das alles schon in den Medien. In den letzten Wochen ist täglich von Journalisten bei uns nachgefragt worden, ob es schon eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Ich habe immer geglaubt, dass Hausdurchsuchungen das Ziel haben, überraschend etwas sicherzustellen. Wenn man das vorher schon ankündigt, dann hat das irgendwie relativ wenig Sinn. Sie hat auch mehrere PKs dazugegeben, aber dazu würde ich gerne nachher kommen. Ich würde gerne die Frage beantwortet haben, denn die war ganz konkret. Stimmen die Vorwürfe, die die WKStA da erhebt? Und was genau lässt Sie glauben, dass diese Vorwürfe falsch sind? Ich würde gerne auf die Vorwürfe eingehen. Zunächst einmal ist einer der Vorwürfe auch im Bericht gewesen. Es hätte manipulierte Meinungsforschung gegeben im Jahr 2016. Bei allem Respekt. Es hat nach dem Jahr 2016 bekanntlich zwei Wahlen gegeben. Beide Wahlen haben wir gewonnen. Die Meinungsforschung war ziemlich zutreffend, denn sie hat das Wahlergebnis beide Male relativ genau vorhergesagt. Im Jahr 2019 war unser Ergebnis sogar noch besser als in der Meinungsforschung. Im Jahr 2017 war es ziemlich treffsicher. Im Jahr 2016, vor meiner Übernahme, soll es angeblich eine negativ beeinflusste Umfrage in der Tageszeitung Österreich gegeben haben. Ich habe heute am Nachmittag schnell versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. Wissen Sie was? Es hat im selben Zeitraum 30 Umfragen in unterschiedlichen Medien gegeben. Unter anderem im Profil und anderen von unterschiedlichen Instituten, die alle zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Also bei allem Respekt. Aber ich würde ganz gern mit Ihnen die Vorwürfe Punkt für Punkt durchgehen. Gehen wir sie durch. Diesen ersten, den Sie zum Beispiel im Bericht jetzt schon dargelegt haben, den kann ich bei allem Respekt nicht nachvollziehen. Außer es wären alle Meinungsumfragen manipuliert gewesen und auch Wahlergebnisse manipuliert gewesen. Ganz konkret um diese Umfrage zum Beispiel. Reinhold Mitterlehner damals auf 18 Prozent runtergeschrieben. 30 Umfragen im selben Zeitraum. Lassen Sie mich bitte meine Frage stellen. Die Frage, Sie haben dann mit Thomas Schmidt SMS ausgetauscht und antworten, als er Ihnen die Umfrage schickt. Gute Umfrage, gute Umfrage. Was war denn so gut an einer Umfrage, die die ÖVP bei 18 Prozent zeigt? Zunächst einmal. Es ist überhaupt kein Vergehen, sich mit Journalisten, Pressesprechern, Meinungsforschungsinstituten über Umfragen auszutauschen. Das findet täglich statt. Also, dass ich informiert wurde vor fünf Jahren über ein Umfrageergebnis vorab, das ist alles andere als, glaube ich, strafrechtlich relevant. Und zum Zweiten, ja, dass mein Verhältnis mit Reinhold Mitterlehner kein einfaches war. Da ist sogar ein Buch mittlerweile darüber geschrieben worden. Dass er sich von mir bedroht gefühlt hat, ich auf der anderen Seite immer den Eindruck hatte, er will mich irgendwie aus dem Team drängen. Das ist, glaube ich, mittlerweile alles bekannt. Also Sie haben sich über die Umfrage einfach nur gefreut? Nein, ich gebe ehrlich zu, dass ich froh war in dieser Situation, dass auch in der Meinungsforschung klar war, dass mit mir an der Spitze die Chancen bei einer Nationalratswahl deutlich besser wären. Aber an dieser Darstellung gibt es ja berechtigte Zweifel. Denn vor der Veröffentlichung der Umfrage hat Ihr Pressesprecher Thomas Schmidt geschrieben, wir wollen die ÖVP bei 18. Nach der Veröffentlichung schreibt Thomas Schmidt dann, so weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Ein geniales Investment. Wer zahlt, schafft dann, ich liebe das. Wie ist das denn anders interpretierbar, als dass die ÖVP sich, oder Sie sich offensichtlich und Ihr Team sich offensichtlich diese 18 gewünscht hat? Darf ich auf zwei Dinge hinweisen? Erstens, die SMS, die Sie zitieren, die habe ich weder geschrieben noch erhalten. Nein, aber Ihr Pressesprecher. Mein jetziger Pressesprecher, der damals Pressesprecher des Finanzministeriums. Aber einer Ihrer engsten Berater überhaupt ist. Den habe ich damals kaum gekannt. Der hat damals nicht für mich gearbeitet. Das heißt, es haben zwei Personen miteinander SMS geschrieben, wo ich weder der Absender noch der Empfänger war. Und daraus konstruieren Sie jetzt was? Einen strafrechtlichen Vorwurf? Nein, die Frage war ja, hat sich Ihr Team diese Umfrage bestellt? Hat sich Ihr Team diese Umfrage bei Österreich gewünscht? Selbstverständlich nicht. Und ich glaube, der beste... Wir wollen ÖVP bei 18. Der beste ist diese SMS von mir. Nein, die ist von Ihrem Pressesprecher, an Thomas Schmid. Das ist absolut falsch, wie es der Name ist. Aber schreibt Ihr Pressesprecher immer wieder an Thomas Schmid, wo er sich bei Umfragen... Entschuldigung, ich habe mir das alles im Detail angeschaut, weil ich es eben wichtig finde, dass man nicht versucht, ein falsches Bild zu zeichnen. Diese SMS kommen nicht von meinem Pressesprecher, sondern die sind innerhalb des Finanzministeriums geschrieben worden. All diese Vorwürfe, die es da gibt, richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Ich glaube, man sollte sich einmal genau anschauen, ob diese Vorwürfe überhaupt stimmen. Und ich glaube, in Österreich, wenn alle schon immer von unserem Rechtsstaat schwärmen, wäre es gut, wenn die Unschuldsvermutung weiterhin gelten würde und nicht immer gleich die Schuldvermutung. Wir wollen nur die Fakten klären. Ja, und der zweite wesentliche Punkt, der, glaube ich, besonders relevant ist. Die Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso ich schon wieder dafür verantwortlich sein soll. Ich war im Jahr 2016... Ich könnte Ihnen ein Beispiel sagen, warum Sie verantwortlich gemacht werden. Ich war im Jahr 2016 weder Parteichef noch Bundeskanzler. Ich war Außenminister. Sehr populärer Außenminister und präsumtiefer Nachfolger von Reinhold Mitterlina. Also Sie können in Ihrer Rolle hier jetzt nicht klein reden. Ich rede meine Rolle nicht klein, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass es überhaupt kein Indiz dafür gibt, dass ich gesteuert habe, welche Inserate oder Umfragen im Finanzministerium beauftragt werden. Dann sprechen wir darüber. Sprechen wir darüber. Und wissen Sie, was ich problematisch finde? Nein, sprechen wir genau über diesen Punkt, bitte. Sie sagen, das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Sie hätten damit nichts zu tun. Eine SMS, die Ihnen Thomas Schmidt schreibt am 6. September 2016. Die gesamte Politikforschung in Österreich wird nun zur Beinschab wandern. Damit haben wir Umfragen und Co. im besprochenen Sinne. Was war denn der besprochene Sinn mit Thomas Schmidt? Ehrlich gesagt, nach fünf Jahren ist es nicht leicht, jedes Detail zu rekonstruieren. Das ist ein sehr essentielles SMS. Aber ich kann Ihnen gern was dazu sagen. Ja, natürlich hat man ein Interesse als Partei und auch als Politiker, dass Umfrageinstitute, die für Zeitungen tätig sind, nicht unbedingt immer nur SPÖ nahe sein müssen, sondern dass es auch andere gibt. Und warum besprechen Sie das mit dem Generalsekretär des Finanzministeriums, nicht mit Ihrem Pressesprecher oder Ihrem Kabinettchef oder sonst jemandem, sondern mit einem ressortfremden Generalsekretär? Wenn Sie bei der Wahrheit bleiben, dann ist es so, dass er mich darüber informiert hat. Und ich glaube, dass es alles andere als problematisch ist, wenn man so eine Information erhält. Worauf ich nur hinweisen möchte, ist, es gibt zahlreiche SMS, die wieder mal von mir da eingemengt werden, alle fünf Jahre alt. In keinem dieser SMS gibt es von mir irgendeinen Auftrag oder einer Suchen irgendetwas zu tun. Und gleichzeitig stellt die Staatsanwaltschaft dann am Ende die These in den Raum, alles ist von Kurz gesteuert. Und das ist etwas... Sie wären der Profiteur dieses Systems gewesen. Ihre engsten Mitarbeiter haben laut Staatsanwaltschaft mitgearbeitet. Das ist ja sehr unrealistisch, dass Sie, wenn es dieses System gegeben hätte, nichts davon gewusst haben. Aber ich möchte ja gern mit Ihnen ins Detail gehen, weil ich finde, dass da relativ viele Dinge vermischt werden. Welches System? Anscheinend gab es ein Meinungsforschungsinstitut, das gleichzeitig für die Tageszeitung Österreich und unter anderem für das Finanzministerium gearbeitet hat. Für mich übrigens nicht. Ich habe diesem Meinungsforschungsinstitut noch nie einen Auftrag gegeben. Das ist auch nicht unüblich, denn die meisten Meinungsforschungsinstitute, die es in Österreich gibt, arbeiten alle gleichzeitig für eine Partei, für eine Tageszeitung, für einen Fernsehsender... Aber der Vorwurf hier ist ja, dass man für beide gleichzeitig gearbeitet hat. Ja, aber wenn das der Vorwurf ist, dass für beide gleichzeitig gearbeitet wird, dann müssen Sie... Wenn es der Steuerzahler zahlt, ist das ein Problem. Nein, aber dann müssen Sie alle Meinungsforschungsinstitute verklagen in Österreich, denn alle Meinungsforschungsinstitute, die ich kenne, arbeiten gleichzeitig für mal eine Partei, mal ein Ministerium, mal ein Medium. Wenn Sie noch ein Meinungsforschungsinstitut kennen, das für einen politiknahen Betrieb eine Forschung macht und der Steuerzahler zahlt, das ist ja der Vorwurf. Das ist der Vorwurf, dann ist es problematisch. Der muss erstmal geklärt werden, aber Herr Thür, bei allem Respekt, das Meinungsforschungsinstitut, bei dem Sie mit ATV zum Beispiel in Ihrer Vergangenheit zusammengearbeitet hat, hat selbstverständlich auch Aufträge von Ministerien. Der Politikberater, der heute im Anschluss an unser Interview alles analysieren wird, Professor Filzmeier, analysiert nicht nur im ORF, sondern siehe da, er hat auch Aufträge von Ministerien. Und sehen Sie, da ist der Unterschied, beide diese Personen haben ihren jeweiligen Auftrag, hier war Peter Hayek bei ATV uns und Peter Filzmeier hier dem ORF, seine anderen Auftragnehmer immer offengelegt, hat total Transparenz mit allen Partnern gearbeitet und niemand impliziert, dass Peter Hayek oder Peter Filzmeier vom Steuerzahler bezahlt werden. Aber die sind ja selbstverständlich vom Steuerzahler bezahlt, wenn sie Ministeriumsaufträge haben. Aber nicht für politiknahe Forschung, aber wir kommen jetzt ein bisschen weg. Nein, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, wir kommen jetzt ein bisschen weg vom Thema, nämlich der Frage, wussten Sie davon und waren Sie involviert? Und Sie haben ein Treffen mit Sophie Kamersin wegen Umfragen in einem SMS angekündigt, ungefähr auch in dieser Zeit. Sie wurden über die Umfrageergebnisse sowie die Zeitpunkte der Veröffentlichungen regelmäßig informiert. Sie bedanken sich sogar bei Thomas Schmid für Berichterstattung in der Tageszeitung Österreich. Das lässt doch für den Leser dieser 104 Seiten kaum einen anderen Schluss zu, als dass Sie ahnen mussten, dass es diesen Deal gibt. Aber Entschuldigung, bei allem Respekt, wenn ein Meinungsforschungsinstitut für die Tageszeitung Österreich und für das Finanzministerium arbeitet und ich bekomme eine Information darüber, wie eine Umfrage ist, wieso soll ich dann annehmen, dass es da irgendeinen Deal gibt, Scheinrechnungen oder sonst irgendetwas. Und daher würde ich gerne mal sagen, dass ich glaube, es wäre mal absolut angebracht, aufzuklären, ob es überhaupt irgendeine Form der Scheinrechnungen, Falschabrechnungen oder sonst irgendetwas gegeben hat. Und bei allem Respekt, Herr Tür, ich glaube nicht, dass es das gegeben hat. Aber wenn es das gegeben hat, dann müssen Sie mir mal erklären, wieso ich das wissen hätte sollen, weil ich mich bedanke für die Information über eine Umfrage. Und wenn Sie mir vorwerfen, dass ich die Sophie Kamersin getroffen habe, bitte... Wegen Umfrage, die damals Familienministerin war, nicht Meinungsforschung. Sophie Kamersin hat in zweiter Generation ein Umfrageinstitut geleitet. Die hat Umfragen schon gemacht, da waren wir beide noch Schüler. Und insofern, glaube ich, ist es doch total okay, sich als Minister mit einer Ministerkollegin zu treffen. Das haben wir alle paar Wochen gemacht. Und ja, vielleicht haben wir auch einmal über das Thema Umfragen gesprochen. Ich weiß nur beim besten Willen nicht, wo da der strafrechtliche Vorwurf sein soll. Und dann ist in diesem Dokument zum Beispiel auch noch erwähnt der Vorwurf, es wären Inserate vergeben worden. Ich habe mir heute die Mühe gemacht, einmal anzuschauen, wie die Inseratvergaben in diesem Jahr waren. Wissen Sie, was rausgekommen ist? Im Jahr 2016, wo dem Finanzministerium vorgeworfen wird, Inserate vergeben zu haben, hat die Stadt Wien alleine mehr Inserate vergeben, nicht als das Finanzministerium, sondern als die ganze Bundesregierung zusammen. Die Vergabe Inserate öffentlicher Stellen wird quasi von vielen Experten bei allen öffentlichen Stellen kritisiert. Aber dann sollten wir das Thema mal ehrlich diskutieren. Die Frage ist, gab es eine Gegenleistung? Das ist eine berechtigte Frage. Nur ich glaube, wenn wir über das Thema Inserate sprechen, dann würde ich gerne einmal in aller Offenheit und Ehrlichkeit diskutieren. Eine spannende politische Debatte. Heute geht es aber um die Frage, gibt es eine Gegenleistung? Wenn es diesen strafrechtlichen Vorwurf hier anscheinend gibt, dann würde ich gerne einmal festhalten, dass die Stadt Wien mehr inseriert, als die ganze Bundesregierung zusammen. Es ist wichtig, einmal die Fakten am Tisch zu legen. Zweiter Punkt, gab es eine Gegenleistung? Ich glaube, das sollte man aufklären. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem Inserat... Sie wissen von keiner Gegenleistung? Entschuldigung, ich war im Jahr 2016 Außenminister. Glauben Sie ernsthaft? Ich habe die Inserate... Dann sagen Sie einfach nein. Wissen Sie von einer Gegenleistung? Ich habe die Inserate des Finanzministeriums doch nicht als Außenminister im Jahr 2016 gesteuert. Aber dann könnten Sie jetzt einfach nein sagen. Und ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt. Und insofern gehe ich davon aus, dass wenn das Finanzministerium ein Inserat gebucht hat, dass es auch geschalten wurde. Aber die Frage war jetzt ganz konkret, wussten Sie von einer Gegenleistung? Ich finde das spannend, dass Sie jetzt nicht einfach mit nein antworten. Ich kann selbstverständlich mit nein antworten. Ich habe ja versucht, Ihnen zu erklären, dass ich nicht einmal involviert war in die Schaltung von Inseraten dort. Und es gibt auch keinen Hinweis in diesen 104 Seiten, dass ich irgendwie, irgendwie involviert gewesen wäre in die Frage der Inseratenvergabe des Finanzministeriums in einer Zeit, wo ich weder Parteichef noch Bundeskanzler noch Finanzminister war. Und ein letzter Punkt, nur zu den Inseraten, der mir wichtig erscheint. Ich glaube, man sollte das Thema schon diskutieren, dass es da ein Spannungsverhältnis gibt, dass Medien auf der einen Seite, die sind die Berichten und gleichzeitig mit der Politik über Medienförderung und Inserate verhandeln. Das ist ein schwieriges Spannungsverhältnis. Und ich habe daher im Bundeskanzleramt ein ganz klares, objektiviertes System geschaffen, von Anfang an, um eben nicht in solche Verhandlungssituationen zu kommen. Gut. Kurze Frage, das geht mit Ja, Nein. Können Sie so mit 100% Sicherheit ausschließen, jetzt sind Sie seit drei Jahren Regierungschefs, dass es mit anderen Boulevardmedien ähnliche Deals gibt? Was heißt ähnliche Deals? Es gibt mit allen Medien Kooperationen. Es gibt mit allen Medien Inseratenvereinbarungen. Und wenn Sie darauf anspielen, dass es Scheinrechnungen oder sonst irgendetwas gibt, ja, das kann ich zu 1000% ausschließen. dass ich jemals eine Scheinrechnung erstellt, geschrieben, erhalten oder sonst irgendetwas habe. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie bereichert. Und ich habe selbstverständlich niemals eine Scheinrechnung oder sonst irgendetwas gestellt oder erhalten. Nun wird gegen Sie wegen drei Vorwürfen mittlerweile ermittelt. Falschaussage vor dem U-Ausschuss und als sogenannter Bestimmungstäter zu Untreue und Bestechlichkeit jetzt in diesem Verfahren. Der Vorwurf ist also, andere angestiftet zu haben. Das ist dieser Bestimmungstäter. Ohne irgendein Indiz dafür, was ich ganz spannend finde. Die Frage ist, kann man mit drei so gewichtigen Vorwürfen Bundeskanzler bleiben? Also, ich sage einmal, wäre ich ein Sozialdemokrat, wäre es kein Problem. Gegen Werner Faymann ist ermittelt worden, wegen der Inseratenvergabe. Nicht wegen drei Delikten. Wegen einem. Damals gab es keine Hausdurchsuchungen. Das ist dann eingestellt worden, gegen den Landeshauptmann Peter Kaiser in Kärnten. Sie reden gerne über die SPÖ. Bleiben Sie Kanzler. Ja, selbstverständlich. Und ich würde Sie ersuchen, Herr Thür, dass wir, wenn wir schon in Österreich immer den Rechtsstaat und unsere Verfassung zu Recht, meiner Meinung nach, so hoch leben lassen, dann sollten wir schon auch dem Rechtsstaat gerecht werden. Und es gibt so etwas wie eine Unschuldsvermutung. Es gäbe eigentlich auch, eigentlich auch, den Zugang, dass Verfahren vor Gericht geführt werden sollen und nicht in der Öffentlichkeit. Das ist spannend, dass Sie das jetzt sagen, weil das haben Sie nicht schon mal anders gesehen. Und das würde ich mir gerne mit Ihnen gemeinsam anschauen. Sie haben das nämlich schon mal anders gesehen, nach dem Ibiza-Video. Sie erinnern sich sicher an das Wochenende damals. Da haben Sie das Ende der Koalition und Neuwahlen so begründet. Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Die FPÖ schadet mit diesem Verhalten dem Reformprojekt und dem Weg der Veränderung. Sie meinten damals Heinz-Christian Strache, aber das passt eigentlich auch ganz gut zur jetzigen Situation. Wenn Sie das so sehen, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mir das durchgelesen. Ich finde auf all diesen Seiten zwar einige SMS von mir, aber keine dieser SMS zeigt irgendwie, dass ich einen Auftrag oder... Machtmissbrauch, Umgang mit Medien, das erinnert Sie nicht an die Situation damals bei Ibiza. Aber was konkret werfen Sie mir vor? Ich werfe Ihnen gar nichts vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Ihnen auf 104 Seiten gemeinsam mit neun anderen Personen mehrere Dinge vor. Das haben wir jetzt in sehr großer Breite ausgemalzt. Und dem sehe ich sehr gelassen entgegen. Und dieser Diskussion stelle ich mich gern in jedem Detail. Denn was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Prüfen wir, ob diese Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums stimmen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wieso ich im Jahr 2016 dafür verantwortlich gewesen sein soll, das muss man mir erst mal erklären. Letzte ganz kurze Frage. Haben Sie mit Werner Kogler gesprochen? Stützt er Ihre Regierung und Sie als Bundeskanzler? Ich habe mit Werner Kogler gesprochen. Ich habe ihn informiert. Er weiß selbstverständlich auch über die Vorwürfe Bescheid. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit in der Bundesregierung gut läuft. Aber hat er Ihnen gesagt, dass er Sie stützt und dass die Regierung weiterhält? Ich kann mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen. Gut. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Vielen Dank.